Das war eben ein neues Phänomen, dass in einer Unterrichtsstunde ganz offen homophobe Äußerungen getätigt werden, frauenfeindliche Äußerungen, dass der Dschihad verherrlicht wird. Ich glaube, es müsste auch offener geredet werden über die Probleme. Wir hören doch nur Schönrederei. Ach, das ist doch alles gar nicht schlimm und die Leute sind doch integriert und die leben doch hier ganz normal. Das ist ja nicht so. Im Bremer Schulzentrum Walle hat man Erfahrung mit radikalisierten Schülern. Als sie in der Oberstufe Mitschülerinnen zwingen wollen, ein Kopftuch zu tragen, reagiert der Schulleiter sofort. Er informiert die Polizei. Es war eben ein neues Phänomen, dass in einer Unterrichtsstunde ganz offen homophobe Äußerungen getätigt werden, frauenfeindliche Äußerungen, dass der Dschihad verherrlicht wird. Das war eine Qualität, wie wir sie so noch nicht erlebt haben. Um auch anderen Lehrern in solchen Fällen Hilfe an die Hand zu geben, hat die Schule zusammen mit einer Initiative diese Broschüre erarbeitet, in der Lehrkräfte Anhaltspunkte bekommen, wie sie mit einer Radikalisierung umgehen und vor allem, wie sie diese erkennen. Je mehr sich Menschen abschotten und immer nur noch von uns und denen reden, dass vielleicht auch die Kleidung ändern, das ist aber gar nicht so wichtig. Es geht eher darum, dass andere abgewertet werden, teils auch entmenschlicht werden. Enden kann eine solche Radikalisierung wie bei Safia S., die im Alter von 15 im Bahnhof von Hannover einem Polizisten ein Messer in den Hals rammt. Auch Lehrer anderer Schulen sind daher dankbar für die neue Broschüre. Wichtig ist ja erstmal das Wahrnehmen, dass sich etwas verändert und dann gucken, wo bekomme ich Hilfe oder wie kann ich reagieren. Sie können nachlesen und können einfach nochmal sich Hilfe zusätzlich holen oder einen Input holen. Bisher haben nur einige Schulen in Berlin und Bremen die Broschüre angefragt. Grundsätzlich ist sie aber für alle Lehrer verfügbar.